Die zweite Ausgabe der Drachenrott-Tagesschau vom 19.05.2021 Konnichiwa und Mädel, liebe Kasparinnen und Kaspar, ja, es ist wahr, der Playbutton ist am schaurigen Berg angekommen. Auch wenn viele über diese Nachricht zweifellos nicht sehr erfreut werden, so geht es mir auch, ist das halt eine Tatsache. Das Video dazu kann ich euch nicht posten, wegen Copyright Strikes, aber der Link zum Medal Center erfolgt. Lasst den Kopf nicht hängen, das Leben geht weiter. Medal of Sayonara, Madane, Robert S.